Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zurück zu The Book of Unwritten Tales. Wir sind immer noch im Haus von Professor McGuffin und suchen den Geheimkeller, in dem das Buch ist, in dem dann hoffentlich etwas über das Artefakt steht, das dann letztlich den Krieg beenden kann. Zumindest hoffen wir das ja vorerst. Und ja, wir haben uns jetzt hier schon ein bisschen umgeschaut. Und dann können wir ja nochmal ein bisschen weitermachen. Hier haben wir auf jeden Fall noch ein Stapel Dokumente. Vielleicht finden wir da was. Wir haben ja im letzten Video noch das Tagebuch gelesen. Es stand jetzt leider nichts über den Geheimkeller oder wie man da reinkommt. Aber so ein bisschen die Vorgeschichte wurde hier so ein bisschen dargelegt. Vielleicht finden wir ja hier irgendwas. Hm, altes Pergament und vergebte Papiere. Gefüllt mit Texten in verschiedenen ausländischen Sprachen. Adonash und Vestron, Quenya und Sindarin. Und technische Zeichnungen in Kustul. Okay, das heißt aber, damit können wir eigentlich nichts anfangen. Aber wir können sie mitnehmen. Dann stecken wir uns die ein. Wer weiß, was wir später damit anfangen können. So, hier habe ich gerade noch was gesehen. Das ist eine Holzschachtel. Eine kleine Holzschachtel. Sieht nicht antik oder allzu wertvoll aus. Aber trotzdem eine schöne Arbeit. Ist da vielleicht irgendwas drinne? Können wir die aufmachen? Sie ist abgeschlossen. Hm, das heißt wir brauchen einen Schlüssel dafür. Okay. Da müssen wir uns dann wahrscheinlich nochmal genauer umschauen. Hier ist auf jeden Fall noch der Steinkopf, wo das alles draufsteht. Ein seltsamer Steinkopf. Er ist ziemlich grob behauen, hat aber auch einige feine Verzierungen. Vielleicht ist er von den Zwergen. Vielleicht ein Mitbringsel des Professors von einer seiner Forschungsreisen. Möglich ist alles, wir wissen es nicht. Und er ist nicht da, um uns das zu erzählen. Okay, dann haben wir hier jetzt noch die Holzkiste mit der Steintruhe und diese Steinsäule. Na, dann gucken wir doch mal. Vielleicht können wir ja das hier öffnen oder so. Eine steinerne Truhe, die in einer Holzkiste steht. Die Holzkiste sieht sehr billig aus. Es könnte sich um eine Lagerkiste handeln. Ja, können wir denn jetzt hier irgendwas mit dieser Steintruhe machen, die irgendwie öffnen oder so? Die Steintruhe ist verziert und auf ihr stehen Schriftzeichen. Ich kann sie nicht lesen. Hm, na dann probieren wir mal sie aufzumachen. Mal sehen, ob das geht. Was soll schon passieren? Ein Fluch oder so? Sand. Hm. Kommt es mir nur so vor oder ist es hier gerade wärmer geworden? Ich suche den Sand. Die Lade ist bis oben mit feinem Sand gefüllt. Keine Ahnung, ob da sonst noch etwas drin ist. Ich kann den Sand ja schlecht Korn für Korn durchwühlen. Ja doch, kannst du mal machen, ne? Die Lade ist bis oben mit feinem Sand gefüllt. Keine Ahnung, ob da sonst noch etwas drin ist. Ich kann den... Okay. Da kommen wir also an der Stelle auch nicht weiter. Dann schauen wir uns mal die Steinsäule an. Sieht aus wie ein Sockel für eine Statue. Er ist aus Stein und mit seltsamen Schriftzeichen bedeckt. Können wir damit irgendwas machen? Sieht nicht so aus. Wir können uns nur das Ganze nochmal anschauen. Oben auf dem Sockel gibt es eine sechseckige Vertiefung. Vielleicht die Halterung für eine Statue. Ah, wir haben ja keine Statue. Wir haben zwar einen möglichen Krempel eingesammelt, aber nichts, was uns da weiterhilft. Oben auf dem Sockel gibt es eine sechseckige Vertiefung. Vielleicht die Halterung für eine Statue. Okay, so kommen wir also erstmal nicht weiter. Aber wir konnten ja noch den Sarkophag öffnen. Na, dann werden wir das mal tun. Wer weiß, was uns da offenbart wird. Schade, nur eine stinkende Mumie. Hm, was haben wir hier? Was tust du, Mortimer? Was zum... Habt ihr... Hast du gesprochen? Hä? Du... Sprichst? Ich? Nein. Ähm, doch. Ganz offensichtlich. Was ist offensichtlich? Na, dass du sprechen kannst. Und es auch tust. Aber selbstverständlich. Aber eben meintest du, du würdest es nicht. Warum bist du so komisch, Mortimer? Ich... Ich bin nicht Mortimer. Wo ist Mortimer? Heißt McGuffin, der Gremlin-Archäologe, der hier liebt, so? Wie? Mortimer. Ja? Du heißt Mortimer? Aber nein! Ich glaube, wir beenden das Gespräch an dieser Stelle. Ich glaube, du bist langsam tüttelig, Mortimer. Äh, ehrlich. Vermutlich gibt es nur wenig Sauerstoff im Sarkophag. Ja, wahrscheinlich liegt es daran. Nicht, dass dein Gehirn vielleicht schon ein bisschen vertrocknet ist oder so. Auf jeden Fall, die Stimme von der Mumie ist sicherlich auch den einen oder anderen bekannt. Das ist Thomas Daneberg, der auch Arnold Schwarzenegger oder John Travolta spricht. Aber, äh... Ich würde gerne mit der Mumie sprechen. Es muss wohl sein. Sehe ich auch so. Ich kümmere aus der noch irgendwas rausquetschen. Gut, dass du da bist, Mortimer. Hier war eben eine seltsame Person. Die meinte, sie wäre du. Ich war das. Du warst das, Mortimer? Warum hast du dich als du selbst ausgegeben? Das ergibt doch keinen Sinn. Ja, eben. Hast du etwas mit deinen Haaren gemacht? Du siehst so anders aus. Verwechselst du mich ernsthaft mit einem meterhohen, alten, runzligen, glatzköpfigen Gremlin? Sei nicht so hart zu dir, Mortimer. Nimm mich an. Ich habe auch schon bessere Tage gesehen. Ich bin nicht Mortimer. Mortimer hat mich hergeschickt. Ich suche einen Geheimkeller. Kannst du mir sagen, wie ich in den Keller komme? In den Keller? Natürlich. Und? Wie komme ich in den Keller? Was für ein Keller? Was? Was? Du bist gewachsen, Mortimer. Ja, ja. Wir haben Spaß. So herrlich. Komm, wir machen das nochmal. Der weiß ja, wie wir in den Keller kommen, offenbar. Der kann sich nur nicht so wirklich konzentrieren auf das, was wir wollen. Probieren wir das nochmal. Seine Spinne finde ich auch sehr stylisch, ja. Okay, ich bin nicht Mortimer, siehst du das nicht? Wer bist du? Weißt du etwas über diese Geheimtür und den Keller? Wer bist du eigentlich? Hattest du einen Unfall in einer Mullbindenmanufaktur? Nein, ich bin eine Mumie. Wird Mumien bei der Mumifizierung nicht das Gehirn durch die Nase gezogen? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich schon. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Okay. Ich bin nicht Mortimer, siehst du das nicht? Ja, ich meine, er hat ja schon festgestellt, dass Mortimer gewachsen ist und irgendwas mit seinen Haaren gemacht hat. Ich sage es dir noch einmal, ich bin nicht Mortimer. Natürlich nicht, wenn du das sagst. Mortimer wurde entführt und ich wollte ihn retten. Das ist ja schrecklich. Du musst dich verstecken. Ich? Wieso? Man will dich entführen. Das hat man schon. Mortimer, Mortimer meine ich. Man hat Mortimer schon entführt. Aber, äh, das geht doch nicht. Wer unterhält sich denn dann abends mit mir? Mortimer ist dein Freund, oder? Hat er dich, äh, ausgebuddelt? Ja, das kann man so sagen. Ich lag ziemlich lange im Dunkeln. Irgendwann öffnete sich der Deckel und Mortimer war da. Seitdem wohne ich bei ihm in der WG. Tja, wie es aussieht, wird Mortimer in nächster Zeit nicht für dich da sein, um mit dir zu plaudern. Wir plaudern nicht. Wir diskutieren, wir beratschlagen, wir debattieren, wir plaudern. Aber niemals würden wir Skifahren. Hm? Wieso? Willst du etwas Skifahren? Ich will nicht Skifahren. Was ist Skifahren? Keine Ahnung. Okay. Ähm, ja, weiß er etwas über diesen Keller. Kannst du mir sagen, wo die Geheimtür ist und wie man sie öffnet? Du wirst vergesslich, Mortimer. Hm, ja, genau. Also hilf mir auf die Sprünge. Wie öffne ich doch gleich die Geheimtür? Welche Geheimtür? Langsam ist es nicht mehr witzig. Was? Das. Die Geheimtür zum Keller. Wie kann ich sie öffnen? Du fummelst da immer an diesem Ding herum. An dieser Steinfigur. Und dann wird die Geheimtür geöffnet und du verschwindest irgendwo. Und wohin genau geht Mort... Gehe ich dann? Das weiß ich nicht. Ich habe meinen Sarkophag seit 4000 Jahren nicht mehr verlassen. Kein Wunder, dass du einen an der Waffel hast. Sie sind nicht Mortimer. Warum geben sie sich als Mortimer aus? Ich habe genug. Tschüss. Okay, aber wir sind schon ganz nah dran. Leider hat er jetzt mittlerweile erkannt, dass wir nicht Mortimer sind. Aber vielleicht lässt sich das erinnern. Ich meine, er lässt sich ja doch relativ schnell von irgendwas anderem überzeugen. Könnte ich das eigentlich angucken? Ah, hier haben wir einen Drachenschädel. Den haben wir noch nicht gesehen. Der Schädel eines Drachen. Könnte ein Hornschwanz gewesen sein. Bösartige Viecher. Aber heute gibt es kaum noch welche. Die Letzten ihrer Art arbeiten heute beinahe ausschließlich als Lasttiere. Sie haben ihre Bösartigkeit verloren, aber auch ihren Stolz. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als die Drachen mächtig waren. Das war vor vielen Jahrhunderten, bevor ihnen durch Magie ein fremder Wille aufgezwungen wurde. Als sie erst einmal kontrolliert werden konnten, sind sie von beiden Seiten zu Hunderten auf die Schlachtfelder geführt worden. Kaum einer von ihnen hat das überlebt. Okay. Sieht aus wie ein Hornschwanz. Das war ja bestimmt eine Anspielung auf Harry Potter. Nein, ich will nicht. Und du kannst mich nicht dazu zwingen. Doch, ich kann. Nein, ich will nicht. Und du kannst mich nicht dazu zwingen. Ach Mensch, Ivo. So kommen wir aber nicht voran. Dann müssen wir doch irgendwie irgendeine Statue... Wir haben überhaupt keine Statue. Hier irgendwas? Nein. In dieses Kästchen können wir das irgendwie aufbrechen oder so. Nicht wirklich. Die Lade ist bis oben mit feinem Sand gefüllt. Keine Ahnung, ob da sonst noch etwas drin ist. Ich kann den Sand ja schlecht Korn für Korn durchwühlen. Ja, kann man schon, wenn man wollte, ne? Ivo, du musst ein bisschen mehr Tatendrang zeigen. Ansonsten wird das hier nichts. Ah, ein Holzgefäß. Der Krug eines Zimmermanns. Aha, der Krug eines Zimmermanns. Vermutlich lohnt eine genauere Untersuchung nicht. Vielleicht ist es der heilige Kral, Ivo. Irgendwie kommen wir ja nicht so richtig vorwärts. Wir hatten ja draußen noch das Gestrüpp, was wir irgendwie beseitigen können. Aber wir haben jetzt eigentlich auch nichts wirklich dazu gefunden. Und mit der Mumie können wir aktuell auch nicht sprechen, weil Ivo sich einfach weigert. Was zum Henker ist das denn? Ein Kasten mit einer Art Glasauge. Er scheint genau vom Gebelfenster zu hängen. Keine Ahnung, wofür der gut ist. Hm, werden wir vielleicht noch rausfinden. Was zum Henker ist das denn? Keine Ahnung. Okay. Wollen wir hier draußen eventuell irgendwas übersehen? Irgendwelche Werkzeuge oder so. Das hatten wir. Das hatten wir. Hier ist nichts weiter. Gut, hier haben wir Cheep Cheep. Mit dem können wir auch nochmal sprechen. Und diesen Grabstein hier. Feuerholz. Wir müssen das ja irgendwie beseitigen können. Gucken wir mal. Lieber nicht. Ich habe keine Neuigkeiten und er macht mir nur wieder Vorwürfe. Okay, dann sprechen wir nicht mit ihm. Können wir das hier irgendwie zerstören. Mit den Gerätschaften, die wir haben. Kommt mir nichts plausibel vor, aber... Das geht auch nicht. Gut. So. Muss da noch irgendwas sein. Der Haltearm, ja. Wir können dann da sicherlich irgendwie Wasser kochen oder so. Kurbel. Machen wir das doch mal. Hm. Das geht verdächtig leicht. Das Seil ist gerissen und der Eimer dürfte am Grund des Brunns liegen. Dort, wo er niemandem hilft. Ja, tragisch. Okay. So viel dazu. Leider haben wir jetzt nichts Geheimnisvolles oder so gefunden, was uns hier bei dem Gestrüpp oder so hilft. Allerdings ist die Zeit jetzt auch erstmal wieder um. Deshalb werde ich im nächsten Video weitermachen. Und dann suchen wir uns einen Weg in den Geheimkeller. Also bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.